Moin, hallo. Ich bin Sanke Krey. Ich zeige dir mal mein Haus, was ich jetzt gerade neu gebaut habe mit der Firma Richardson. Hier haben wir den Eingangsbereich. Das ist eigentlich so ein Traum von mir, diese Eingangshalle. Das habe ich einmal gesehen und mich absolut drin verliebt und am Ende ist es genauso geworden, wie ich es haben wollte. Dann können wir mal im Wohnbereich reingehen. Hier haben wir den Wohnbereich mit Sofa. Genau, hier haben wir noch unseren Bereich, dass wir Essbereich und Wohnbereich abtrennen können. Hier haben wir einen offenen Küchen-Essbereich, sage ich mal. Das fand ich ganz gut, dass das zusammen ist. Ja, die Küche sollte auf jeden Fall schwarz sein. Das ist meine Firmenfarbe, meine Lieblingsfarbe und sie sollte offen sein, weil eigentlich das Leben findet in der Küche statt. Hier oben habe ich alles in einen Teppich genommen, weil das finde ich eigentlich schön wohnlich. Zwei identische Kinderzimmer, denn hier ist der Schlafbereich. Das haben wir auch individuell geplant, sage ich mal, diesen Ausschnitt, dass man die Sonne geht da morgens auf und da unter. Und so hat man immer, wenn man die Türen auf hat, einen schönen Einfall, einen schönen Balkon mit einer wunderschönen Aussicht. So, dann haben wir hier das Bad mit einer sehr schönen Dusche, schöne große Badewanne. Genau, eine Gesamtwohnfläche ist hier von 315 Quadratmetern. Wir haben es gesamt umgesetzt in acht Monaten. Hat mir sehr gut gefallen, hat super geklappt, bauen einzig fertig. Genau. Ja Leute, das war mein Haus. Hat mich gefreut, dass ihr hier wart. Wir sehen uns beim nächsten Bau und folgt der Firma Richardson auf Instagram und Facebook. Bis dann! Tonio. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020